Musik Dem geschätzten Auditorium zur geflissenen Kenntnis bringen wir hiermit die Ankündigung eines neuen Filmwerkes. Dieser Streifen lässt kein Auge trocken. Er erweicht selbst harte Männer, wenn sie dem wildbewegten Geschehen auf der Leinwand folgen. Und diese harten Männer wissen, warum ihre Augen feucht werden. Sehen Sie selbst, wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, um Ihnen die Dramatik und die Tragik des menschlichen Lebens so nah wie irgend möglich zu bringen. Das menschliche Leben hängt oft an einem einzigen und seidenen Faden. Aber es hängt doch nicht ewig. Denn einmal schlägt jedem die Stunden. In der zweiten Abteilung bringen wir dem Auditorium zur gefälligen Ansicht die Erzählung von den missbrauchten Törtchen. Das süße Leben. Mann und Weib hat es mit seiner ganzen finsternen Allmacht ergriffen. Pfui! Man sieht und man schweigt. Wir präsentieren Ihnen Will Rogers als den mutigsten und den kaltblütigsten und den schönsten Cowboy, den es je gab und geben wird. Wir offerieren Ihnen Anmut und Grazie in der Person von Carol Lombard. Sie bringt uns den Fröhling unmittelbar in das Haus. Sehen Sie aber auch Ben Turpin, den unübertroffenen und internationalen Playboy. Harry Langdon, der Mann mit den eisernen Nerven, führt sie in ein Abenteuer voll atemberaubender Spannung. Last but not least feiern Sie ein Wiedersehen Golden Age of Comedy. Begleiten Sie uns demnächst in diesem Theater. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020